Musik Heyo Leute, willkommen zu einer neuen Schmackautastischen Runde Oh, wir haben einen Reiner im Team, einen Sniper, einen Reaper, einen Torbjörn Aber wir haben keinen Supporter, kann das sein Aber wir haben eine Verteidigung, aber wir haben einen Supporter, sehr schön Hm, was können wir in den Leuten spielen? In den Reap habe ich keinen Bock drauf Genji Genji wäre nice Ich spiele Genji Habe ich Bock drauf Ich habe aber vorher eine Runde Genji aufgenommen Die richtig geil war, 25 Kills oder so hatte ich da Richtig abgestaubt Aber dann Das Mikro hast du dann eingestellt, Rayo Das Mikro von deinem Laptop dann integriert ist, das komplett scheiße ist Ja genau, das hast du eingestellt und nicht dein Rode Aber wie schlau Fühle ich mich wie ein Ausgestoßener Komm Torbjörn, bau hier dein Zeug hin So, wo können wir jetzt hier am besten positionieren? Da oben, ne? Es ist schön an der Seite eines meiner besten Spieler zu kennen Ich fühle mich geändert Genji 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 stört mich hin Aber jetzt Haha, wenn man die falsche Taste drückt, ne? Da habe ich irgendwo Deckung? Ich habe ja keine Deckung, wo ich mich rein sneaken könnte Falsch was ist Hm, blöd 3 Versuche ich einfach mal zu snipern, falls wer kommt 1 Angreifer näher an sich Wenn wer blöd kommt, dann verspisse ich mich halt Na, könnt ihr kommen, bitte? Ach, das habe ich schon Ah, da kommt schon einer Ah Leute, ich geh An die Ecke Ah fuck, das geht nicht gut Das geht gar nicht gut, das geht gar nicht so, ich laufe Ah, das war die falsche Richtung, Scheiße Kriegt ihr noch dauernd? Scheiße Leute, ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen, das war so dumm Leute, sehen wir, ich laufe verkehrt und laufe komplett in die falsche Richtung, das war so dumm Leute, Rayon, bitte, Rayon werde wach Hey Leute, ich bin gerade aufgestanden, tut mir leid Ist zwar schon das zweite oder dritte Match oder so, aber trotzdem Alter Genji? Ah Na ja, Genji Der wurde lange nicht mehr gesehen, der Match Weiß ja nicht, ob der gleiche Seite Ah, ich geh außen rum Vielleicht versuche es zumindest Zwei Genji ist zwar nicht eigentlich der, nicht der Charakter für Aber Geh jetzt außen rum oder so Nachgeladen, oh Mann, das hat er länger gehabt und nachladen Ah, Double Down Ich hab mich jetzt... Alter, die Tastenkombinationen Genji hat ja nicht mal so schwere Tastenkombinationen, aber ich bin echt raus aus Genji Nein Ich wollte echt die ganze Zeit Randstürme drücken, obwohl ich eigentlich angreifen wollte Alter Leute, haltet den, den Punkt jetzt verdammt Ich bin ja gleich wieder da Die Helden sterben nicht, das hättest du vorher gar nicht einsetzen können Alter Leute, ich krieg gerade echt keine gute Runde hin Die Stunde hat geschlagen Oh shit Leute, ich würde da gerne dahinter Ah, jetzt kommt das schon wieder so eine Kack Tracer, ey Die nervige Alter, ich würde ja gerne mit meinem Schwert da drangehen, aber Aber drauf, oh shit Aber Deckung gehen Kann das Eis eigentlich nichts anhaben So Danke, Mercy Ob wir den Down kriegen? Ob wir den Down kriegen? Ob wir den Down? Ja, mit Down Kriegen wir Down? Sehr schön Ich hatte heute schon eine bessere Runde, äh, mit Genji Besser ist gar keine Runde Danke, Reinhard Ey, ich bin echt raus Ich hab große Pläne mit dir Danke, ich bin sehr gut Oh shit, McCree Ulti Entdeckung, Leute Wo ist denn der Typ? Leute, ich bleib hier beim Punkt Ich sicher das Hey Ach, da verpisst der den Vielleicht geh ganz sicher nicht nach Aber schon ganz sicher nicht Alter, Reinhard, ich kann nicht zielen Fuck Oh man, die hat hier den Schild aktiviert, ich hätte die locker weggenommen Ich kann ja noch, man Fuck Für mich das abfuckt das Ich hab die letztes Mal mit Genji nicht aufgenommen, aber die war soo formidabel Okay, ich bleib gleich bei Punkt B, ne Leute Oder reißt dir noch was Ne, das Teil geht zurück Na gut, dann komm ich nochmal Oh shit, das ist nicht gut Schafschütze, oh Leute, okay, ich verpiss mich Leute, kann ich noch was drauf gehen? Kann ich noch was reißen? Hier, da Leute, wir holen uns den Punkt zurück Ja, unten ist ein Sonn Leute, ich hol mich den Keine Rolle Halt nicht Ach Genji Willst du mich einfach verarschen? Ich geh hier hoch, verdammt Genji Dankeschön Noch 10 Sekunden Alter 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 Ich sniper dich weg Shit Ah, bist nicht gerade drauf gekommen? Blöd, ne? Schau dir Ja Hey die Sniper freu jetzt hier eigentlich noch, ne die ist down Alter Leute, das war echt wir haben eine mittelmäßige Runde mit Genji aber der sie die Siegerpost ist geiler das ist doch alles passiert ne Captain Cookie 2000 alles Gute? Highlight des Spiels ist alles gut ich glaube für diese Map leider hinzu kann Genji mehr spielen aber es gibt eine Map wo Genji eigentlich richtig geiler ist das war was war das eigentlich? es gibt Dorado was? ich bin ja nicht mal in der Liste hier ach komm ne mehr ne mehr ist es geiler ja ne mehr ist es geiler wir müssen Road to Level 20 so Leute freut mich auf die nächsten Folgen von Overwatch die hoffentlich ein bisschen professioneller werden ich werde mir da auf jeden Fall reinhängen doch für heute chill ich mich an den See das solltet ihr auch machen ja es wird ein ziemlich heißes Wochenende seid nicht die ganze Zeit die ganze Zeit von einem PC oder von der Playstation geht einfach mal raus geht schwimmen chillt euch an den See oder ins Freibad dann würde ich sagen Rian sagt Ciao macht's gut bis dann an die